Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft. What the fuck, was ist denn hier los? Ach, dreckiges Texturenpaket. Ja, das ist ein bisschen dreckig. Kann man da irgendwie was dagegen tun? Der ist hier ganz manchmal gelegt. Okay, so. Gut, du mal ein bisschen heller, dann kommt das aufwärts nicht mehr. Okay, kaum. Jo, sauber. So, jetzt gefällt es mir auch viel, viel mehr. So, wir waren letztes stehen geblieben beim Hafen und den bauen wir jetzt eigentlich auch weiter. So wie ich das geplant habe. Jo, diesmal nämlich wieder einzeln mit der Audiosprache auf, weil das mir letztes nicht gefallen hat mit dem Ton. Aber okay. Moment, was ist Spitzhacke? Da. Okay. Gut, dann haben wir eigentlich noch ein bisschen Eichenholz. Ja, komm, das müssen wir nochmal produzieren. Dann machen wir mal dieses Löchlein zu. Na, komm. Okay. Gut. Ach komm, ich zieh mal ein bisschen mehr hier. Das Ding jetzt unter Mike jetzt mal. Oh, ist geblieben. Sauber. So, dann wollen wir mal weiter. So, okay, dann haben wir eigentlich das hier schon mal ein bisschen gemacht. Moment. Das gefällt mir immer noch nicht so. Ganz perfekt. Ich mach' halt mal so. Und so. Okay. Gut, diesmal hab ich Musik mit drin. Mal wieder. Okay, hier geht's. Dann würde ich sagen, ne, kommt noch ein bisschen mehr rein hier. Direkt dann. Oh, ist da mit. Direkter mal verbinden mit den Kravel da oben. Mach ich dann direkt mal gleich. Okay. Moment, dann machen wir das aber so. So passt das eigentlich viel mehr. Aber wir brauchen ein Gravel eigentlich. Sehr viel sogar. Ich überlege grad. Ach, verdammt. Ne, dann machen wir das mit Holz. Weil ich das eigentlich viel schöner finde. Das Holz gefällt mir sehr gut. Ups, da, ne? So, dann bauen wir mal das Hülschen ab. Haben wir auch gemacht. Hülschen. Ähm. Und dann da rein. Dann. Ne, Moment. Moment. Da müssen ja noch die Treppen rein. Da muss hier aber. Hier, mach mal ein bisschen dicht. Na, bisschen dicht haben wir gemacht. Sauber. Ja, genau. Da unten noch. Moment. Ne. Moment, da muss noch mehr ein Reiner. Da muss noch ein rein. Nochmal. Damit die Treppen funktionieren. Ne, Moment. Ne, brauchen wir auch nicht. Ne, ne, ich hab schon. Alles klar. Glaub ich im Walz. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Moment mal, ich will keinen Kühlschrank an der Wand haben. Okay. Guckt euch mal die Lichtbugs an. Von Mieser. Ach, noch mehr Treppen. Guckt euch mal die Lichtbugs an der Wand haben. Alles klar. Ach, Mann. Genau so. Ey, was ist denn das? Das ist doch totaler Müll. So. Das sieht so eigentlich ganz cool aus. Hier kannst du nämlich runtergehen und dann bist du beim Hafen. Boah, eigentlich ganz hier unten ist eigentlich ganz cool. So, aber Moment. Weil das mir nicht so wirklich gefällt gerade, machen wir noch so, ähm... Ja, so ein Häuschen, Jön. So, hier geht's ab hier und... Oh, ich bin heute froh, dass eigentlich das Praktikum zu Ende ist. Ist es ja auch, aber das ist total behindert. Ups, äh... Ja, so. Ach, verdammte Scheiße. Habt ihr nicht gehört? Nein, habt ihr nicht. So. Ja, so. Müsste das gehen. Müsste, was wir da machen können? Moment. Ich würde mal was testen. So, da könnten wir doch die Treppen theoretisch benutzen. Ja, das ist geil. Super. Diesmal geht... Die haben ja auch dieses komische Ding ins Reingemacht, dass das... Ähm... Da bei Abbiegungen dann so... Nein. Mensch. Ach, Moment. Ach, das ist ja gar nicht so bei den ganzen... Ach, verdammt. Wir sind ja noch immer noch bei der Version. Moment. Das geht ja noch nicht. Wir sind immer noch bei 1.3. Weiß ich nicht. Ach, verdammt. Ach, ist ja schon hell. Das merke ich gar nicht, weil das auf Fälligkeit volle Pulle eingestellt ist. Dann bemerke ich das eigentlich gar nicht. Guck mal, was hier los ist. Zieht euch mal das rein. So. So. Gut. Ein bisschen noch. Alles klar. Ne, Moment. Das kann man gebrauchen. Und... Ab geht's nochmal schnell. Fertig machen und dann geht's pennen. Da, siehst du. Ganzen Bugs. Ich glaube, das ist nur wegen der Dingens, weil ich eine falsche Version habe. Aber ist ja auch egal. Ach, wisst ihr was? Ich mach erstmal hier in der Ecke so ein Ding jetzt hin. Ein Blöckchen Holz mach ich da hin. Und, zack. Guck mal hier, Baupfusch wieder. Wow. Was ist denn das? Wie das aussieht. Ich werde hier überfallen von, von, von... Kopflosen Viechern. Als nächstes kommen Kopflose Creepern. Wow, habt ihr das gesehen? Oh, man, da ist was falsch. Hier, nehm ich mal das. Ja. Alles, wo gibt's, weplay.com. Ja, nee, ist klar. Vielleicht ist das viel cooler. Ach, komm, dann gehen wir hier rein. Ins Bettchen. Was ist hier los? Ach, hier ist schon fast alles fett. Ähm. Bleibt ihr jetzt so kaputt, oder was ist los? Ich hab da so schlechte Gedanken. Okay, jetzt ist auch der Enderman weg. Der hat sich wegteleportiert. Dann können wir eigentlich unser Haus jetzt... Oh, nochmal fertig machen hier schnell. Und, zack. Ja, was ich geplant habe, ist eigentlich... Moment, das hier. Ja, genau. So hab ich das geplant. Dann kann man einfach hier ein Bötchen reinmachen und dann ist es eigentlich fertig. Moment, ich mach mal hier extra noch so eine Wackbench hin. Dann stech ich die hier hin und dann... Ja, die mach mal hier... Hier hin. Dann mach ich jetzt ein Bötchen hier hin und dann eigentlich... Ist das ganz gut. Na, du bleib hier. Autsch. Ach, super. Siehst du, das Boot ist direkt kaputt gegangen. Und kein Boot kommt zurück. Ich hasse das mit dem Boden. Super. Hier rein. Ja, hier rein. Moment. Okay. Ich wurde begraben, weil ich aus dem U-Boot... Aus dem U-Boot. Aus dem Dingers... Ähm, ja. Ausgegangen bin und dann bin ich gestorben. Aber okay. Sag mal dazu nix. Ja, gib mir sehr wenig XP. Dankeschön. Moment, dann mach mal was anderes. Wo ist vielleicht viel cooler. Und... Jo. Erstmal das Haus. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber naja, okay. Äh. Geht's denn hier rein? Ach, zur Höhle. So. Jetzt haben wir den Hafen ja eigentlich ein bisschen erweitert. So, dann hab ich eigentlich als nächstes vor, dass wir hier... Hier. Weil es hier grad so ein kleines Plateau ist. ein Turm hinbauen. Und wie in der Art, weiß ich jetzt nicht, wie da gebaut wird. Leuchtung wird's auf jeden Fall nicht, weil wir keine Wolle dafür haben. Und das Gravieren. Okay. Ähm. Ja, aber sonst würde ich sagen... Dankeschön fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.